ja ich weiß schon wenn mein prime target sein wird ein leckeres kleines chromilein na mal gucken ob die dann auf 13 byebys gilt aber das ist gut die haben ja im grunde alle kann ich gar nicht gerabte durch uns dann vor dem anschauen ja aber das dann hält ja nicht ewig ja aber das ist auch cool dann das potter beckert auch ganz kurzen cool oder nicht wenn du das dann in der sekunde trifft wo sie es machen will ja ja das dauert doch immer noch irgendwie drei sekunden bis die weg ist ja aber ich stelle mir das eher so vor du chargst die anruhe ist dann aus einmal drauf die ist halb down und macht dann bei bei tschüss ja das kann man so so war er mein gedanke wirklich habe hier alles weggeschnappt wurde ich gebe den tipp vor free ich bleibe immer am kurs stehen das klappt in 90 prozent der fälle ich hatte nur eine runde da hatte ich sehr wenig ich bleibe immer am kurs stehen das vor ja gibt es auch das kacke ja das kacke zwei und hand du etzt du du Die Wände des Wandels tun die Ohren ab. Die Wände des Wandels tun die Ohren. Danke Aureol, dass du wegportest wenn ich da bin. Warum muss ich mit Medif hier eigentlich Solo lanen? Danke Aureol. 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 Ich komme an zu dir. Das war's für heute. Nein, Schicksal. Oh, das war doch gar nicht so schlecht. Ah, keiner bot, ne? Oh, das war doch gar nicht so schlecht. 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 Oh man, wir haben wieder die übelsten Spezialisten dabei. Wahnsinn. Okay, drei pushen, zwei holen Tribut. Oh, das war doch gar nicht so schlecht. Okay. Oh, das war doch gar nicht so schlecht. Wow. Oh, das war gar nicht so schlecht. Oh, das war gar nicht so schlecht. Ein unwürdiger Tate. Ihr werdet meinen Fluch spüren. Cooldown, cooldown. Ja, ja. Probable to arrive. Alter. Schlechtester Ring of Frost ever. Machst du, magst du die auch? Ja. Ich wundere mich, dass du so wenig dich heilst. Wenn du drauf einschlägst, müsstest du dich normalerweise gerade mit dem 7er Talent voll hoch heilen. intercepted. Star Trek Magritte. Stab Luca. Stab Luca. Yes, Mother. I wanna win, Oh 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 Ich hab mich verskillt, aber das ist für dich gar nicht so schlecht Erhöht jetzt die Dauer des Schildes Für den Einzelnen ist das ja vielleicht gar nicht so verkehrt Ich Erfreulich Machen wir eigentlich nicht unten den Boss Na ja Sind alle hier Halt mir Tribut Oder stimmt euch in Besuch Ihr habt die Wahl Ich bin mir fressen Oh 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 Ich war nicht so versessen darauf dir ein Schild zu geben, dass ich dabei drauf gegangen bin Das ist die richtige Einstellung Oh Irgendwie noch die Aurel hier fast tot, die kannst du auch noch holen Die kannst du auch noch aufessen hier bei mir Oh 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 Cool Oh 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 Ja, das war's. Das ist doch ganz gut. Okay. Könnte bedeuten schlimmer laufen. Ja. Ich bin noch nehm, Boss. Oh, ohne kann. Es wäre weise, diese Soldaten für uns zu gewinnen. Kann dir nicht mehr helfen, ich bin zu low gewesen. Wollen wir sehen, wer mir bleibt, genau um die Streeport zu machen. Wäre der Zula einfach weggegangen, hätte er überlebt und ich wäre gesp... Aber der Zula geht. Ja, du standst ja im Gebäude drin, ne? Ich stand volles Rohr drin, ich wäre sowas von verreckt, egal was passiert. Aber er kam mir noch mal entgegen, also habe ich ihm noch mal nett gesagt, dass er jetzt sterben darf. Sehr gut! Und... ... 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 Ja, wie so oft. Wie so oft. Eigentlich ist unser Setup gar nicht so übel, aber... Die Adresse ist sogar noch ready. Ist irgendwie ein bisschen abgehackt. Das ganze Bild von der ist totaler Müll. Ja. Das passt überhaupt nicht zusammen. Ich bin eurer lächerlichen Streiterein wieder durchsicht. Ich schau dir jetzt vor das Rohr. Ich bin eurer. 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 Scheiße. Aber die Auriel ist echt bad. Oh, da habt ihr wohl eine Festung verloren. Ich bin eurer. Boah, der erste Ring auf Frost, der sitzt. Ja, klar. Du auch? Ja. Auf jeden Fall nicht, Aurel. Das war ja die gegnerische Aurel. Ach ja, okay. Ja gut, das kann sein. Ja gut. Und ich bin Palette für das. W Sophie ist noch bleibs, oder das ist Göte, Untertitelung des ZDF, 2020